Grunde war schlecht. Ich habe Gott sei Dank kein Wort verstanden. So. Da ich ja vollster Gesundheit bin. Totally not. Irgendwo war noch Muni? Nee, irgendwie nicht. Dann, ja. Ja, wir haben da mal... Ah, hier gibt es noch ein paar Kids. Und Bannbomben. Totale Verarsche hier. Ich glaube, wenn so viele Kids hier liegen... Ich glaube, wir gehen da gleich wieder zurück. Halt euch mal alle, komm... Halt euch mal alle, komm... So, sind wir halt... Wollen Sie über das Funke retten? Warte, ich guck mal, ob ich da was wegschnipen kann, direkt. Sollen wir uns jetzt alle heilen, oder nicht? Ich hab voll. Geht nicht mehr als... Geht nicht mehr als voll, meinst du? Hey, hallo? Drücken Sie auf den Knopf. Welchen Knopf? Ah, okay, machst du. Ähm, ja. Warten, bis alle da sind. Habt ihr auch alle Bannbomben und so drei? Jo. Ich hab immer noch Kotze. Ich tausche jetzt mal die Kotze, weil das ist ja gerade egal. Oh. Irgendwie seid ihr noch nicht da. Wow, kommt der Gegner vom her. Na, zur Tür rein. Drückt jetzt einer den Knopf, oder nicht? Ja, doch, aber das geht nicht, ist halt irgendwie nicht da. Ah, jetzt. Hä? Jetzt fahren wir hoch. Jetzt geht die Brücke nach oben, und dann geht's los. Keep arms above head at all times. Ist auch ein schönes Schild hier. Immer die Hände oben halten, sonst ist das ja schock. Warte, ich seh mal, warten sie sich hinweg. Oh, hinter uns, hinter uns. War einer, oder? War ein großer. Jetzt ist das ganze Bomben, die hier rumliegen. Na gut, versuch mal ein bisschen nach vorne zu schieben, würd ich sagen. Aber wir weg. Jo. Bringen die sich eigentlich gegenseitig um da gerade? Okay, sieht nicht so aus. Oh, ich hab hier ein Dings. Oh, ich hab hier hinten voll in der Enge, hier. Nimm, glaub mal ein Kipp zu mir. Wow! Hilfe! Wo bist du? Hinten, ranfang noch. Okay, wir müssen weiter vorschieben, glaub ich. Schieb mal weiter. Kein Jockey mehr. Oh, Mann, Leute, ganz ehrlich. Du kannst ruhig was sagen, bevor du irgendwas wirfst. Das ist aber auch mitten in der Luft explodiert, anstatt da vorne. Wird eigentlich viel weiter wegfliegen. So, jetzt hat's aber auch keine mehr. Okay. 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 Ich hab noch einen, aber ich behalte den mal. Marvin, geh da weg. Ah, da ist noch ein Dings. Ach, Mann. Mh, zwei Jokies hat's da, glaub ich. Ja, der eine ist schon tot. Ja. Oh, da kommt noch ein großer. Hilfe! In Rune gefallen. Ups. Ja, ich häng hier auch leider hinter dem Bus. Linke Seite. Muss man echt auch noch aufpassen, wo man hinlappt's. Ja, damit hab ich nicht gerechnet. Aber danke. Scheiß Position hier. Kann ich hier links schauen? Ja, wer steht hinter mir? Ja, die Alte. Ja, okay. Okay. Was ist das? Scheiße, jetzt hab ich ein Problem. Wenn einer eine Waffe sieht, Bescheid geben, ja? Lass einfach einmal zurück. Ach, verdammt. Oh, Digga, ich komm da nicht hoch. Okay, ich komm da nicht hin. Oh, sorry. Hast du da oben einen Jockey bei Marvin? Ach, Mann. Danke. Die ich halt auch echt weit vorne sage. Ja, ich hab nur noch die Shotguns, das ist mein Problem. So, was setzen sie ihre Leergeschossen über? So, jetzt. Jetzt kann ich wieder ein Stück zurück. Schon besser. Du kannst wieder ein Stück zurück, wenn du willst, Marvin. Ich hab eh kaum noch Leben. Das ist alles. Das ist keine Waffe hier. Ach, das ist die beste Waffe. Waffen hier drüben! Zeit für ein wenig Zombie-Match. Schade nach! Wir sind gewehrt! Wir sind gewehrt! Nein! Äh, ich häng an so ner scheiß Zunge! Danke! Nein! Nein! Scheiße! Ich brauche Hilfe! Hey! Hau! Gewehre! Ah! Danke! Spinner! 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 Huck mich! Lade nach! Akten! Gewehre! Lade nach! Gewehre! Ich bin doch so weit hinten, Kevin. Komm mal hier hoch! Okay, was wird das für ein Geräusch? Wuhu! Nein! Ich bin bloß unten geblieben! Ähm... Oh, bei mir bedeutet der nächste Schlag den Tod. Das ist bei mir hier... Hier liegen ganz viele Adrenalinspritzen. Medikit habe ich auch mal, wenn du kommst. Oh ja, das brauche ich dringend, Tee. Müssen wir wieder runter, oder? Ich bin mit dem NPC allein hier. Ja, komm mal hier hintere! Ich geht nicht, hier ist die Mauer. Oh, da ist ein Jockey. Oh, geil. Ich muss hier noch gucken, da ist ein weg gesnipert. Ach, ist er da unten? Müssen wir wieder runter, oder? Nein, 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 nein! Schau nach oben! Okay. Aber dreh nicht einmal um! Ja, gleich. Boah, ich muss aber auch noch mal kurz runter. Aua! Aua! Oh, fuck, 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 fuck. Lade nach, du dreckst den. Sarah, ich bring dir welche hier hoch. Äh, sehr schön. Wo hängt Kevin? Der ist wieder oben, okay. Der, ne, der hängt da unten. Der wieder unten. Ne, aber hängt nicht mehr. Das meinte ich. Ne, aber da ist... Ich hab halt... Ich hab... Bei mir geht gar nichts mehr. Also ich hab auch noch ein Medikit dabei, wenn ihr irgendjemanden braucht, ne? Oh ja. Dann komm hoch. Ich ruhig dir eins. Dann komm hoch. Und guck mal, eleganter Pinter, sonst was ist. Nö, oh doch. Toll! Nö, ach komm! Ach, fick dich! Ich, äh, liege hier. Na? Oh, der Plan war ja super. Wir müssen weiterlaufen, versuchen, also weiter. Kommt sie rüber, oder? Hier liegen halt immer noch der Tränen hinspritzen. Nein! Geiii! Was ist denn? Ohhhhhhhhhh. Wo bist du? Bist du schon. Sind wir jetzt alle oben? Sehr gut. Och nee... Das klingt so gar nicht gut, ne? Oh fuck! Nein. Okay, wo auch immer der jetzt hingeflogen ist. Ich liege hier leider auch alleine rum gerade. Kevin? Könntest du mal... Ich bin auf dem Weg. Danke, Kevin. Ich war halt schneller da. Oh, warum ist denn jetzt schon wieder was hinter mir? Kevin, wo rennst du nur die ganze Zeit hin eigentlich? Und Schmerzmittel und Adrenalin-Dingern. Okay, wir gehen jetzt also drauf, weil du die ganze Zeit so Schmerzmittel zust. Ich will ja jetzt nichts sagen, ne? Ja, oder ihr geht drauf, weil ihr euch nicht heilen könnt, weil ihr die Schmerzmittel nicht benutzt. Ja, wir wären schon längst durchgelaufen, ne? Na. Aber natürlich. Arsch. Hey, hier ist halt echt richtig was los. Oh, ne, da ist noch ein Dicke. Oh, nein. Jetzt ist das scheiß Ding schon wieder. So, kurz zurück. Ah, fuck, 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 fuck. Komm her, komm her. Oh, jetzt ist mein Spiel wieder abgestürzt, ich krieg einen Vogel. Das ist doch nicht wahr. Ach, nö. Vielleicht wird das ein Springer. Wie war das denn noch? Oh, da kommt ein Dings. Au, au. Au. Oh, okay, dann hast du noch eine Spritze. Ja. Ich lade nach. Da ist ein Smoker. Lade nach. Lade nach. Lade nach. Wir haben alle kaum noch Leben. Wo ist denn der Schutzraum? Ist auch geil. Mitten im Getümmel halbtot. Alles klar, cool. Ich bin wieder da. Wir haben eine gute Position hier, glaube ich, gerade gehabt. Ja. Komm mal wieder hier rein. Ich hätte noch einen Molotow-Cocktail, aber dann müsste der weggehen. Brauchen wir nicht. Okay, dann nicht. Oh, das ist unsere Betreuung. Wir müssen da vorne. Wacken Sie? Ja, wir müssen wahrscheinlich hoch. Nein, da oben. Da hoch. Hier, guck mal, wo ich bin. Ich lade. Ich lade. Auffassen. Ah, ich schau wieder so enger Boden. Oh, wir brüchten ja echt einen Molotow. So hier oben wäre es nicht schlecht. Moment. Achso, du hast es schon, okay. Ja. Ja, ist ordentlich. War gut hier. Du Scheiße. Nein. Nein, hängt irgendwo. Uh. Könnten wir nochmal einen vielleicht brauchen. Hilfe ist hier einsteigen. Ja, aber wo? Wo vorne. Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Geh mich los. Ja, gut, wir sind durch. Wow. Ja, das Maschinen geht ja. Wow. Oh, hier ist noch ein dicker Kevin. Könnten wir noch einer holen? Ähm, ja gut, das wurde gerade platt gemacht. Ja, das war etwas Schlechtes. Ja, das war etwas Schlechtes. Ja, das war etwas Schlechtes. Ach, nein. Ich war etwas Schlechtes. Ja, ich war etwas Schlechtes. Ja, das war etwas Schlechtes. Vielleicht müssen wir hier einfach mal nach einer Zeit noch zurückkehren und das geht nicht wegen Brücke, sonst heilt euch doch nochmal, weil eins bleibt ja über, du bist nicht voll, du hast 80, keine 100 So, au, okay, jetzt habe ich 96, so und jetzt kannst du nochmal eins einpacken, dann haben wir noch eins auf Reserve und dann, bevor wir das da liegen lassen, hier liegt ja immer noch eins Ich habe jetzt, ich habe voll Kevin, bist du nochmal, oder? Ja, ich bin Alice, wir sind noch 80 Wieso hast du nur so viel? Was meinen Sie? Ich bin Ach, komm, halt den Mund So Klar haben wir Zombies gekillt Ihr habt ihn gehört, gehen wir endlich über die Brücke Achtung Wup, wup Party hard Ey, nee, wir können doch hier wieder zurücklaufen, guck mal Jetzt seid ihr nur zurückgelaufen Ja, aber macht ja keinen Sinn, Waffen kommen auf halbe Strecke und Medikids legen da keine mehr, also lieber ab nach vorne Hätte ich jetzt gesagt Ich kann mich halt gucken, dass wir relativ fix durchkommen, nicht so viel warten, finde ich Ja Ja Waren auch zusammenlaufen Ich war nur ein Stück vor, weil von hier aus ging es nämlich richtig gut Hupf Hauptsacheigung Die Besucher haben einfach gut Boah Digga, geh mir nicht auf den Sack Woah, da ging es ja runter Ist jemand bei dir? Ne Ne Die Rochelle, die läuft halt vorbei jetzt kommt. Ja, gut. Vor allem oben habt ihr echt Chancen ohne Ende, finde ich, weil bis die hochlaufen... Wenn da nicht gerade das Blätter drauf explodiert. Nein, hat er mich runtergehauen. Nein! Ich hab kein Leben mehr. Nein, wieso? Oh Mann! Was ist denn? Ich weiß nicht, irgendein Großer hat das Scheiße auf mich gespuckt. Ach so. War gar kein Großer. Okay, läuft. Ja, genau. Ich hab' auch schon ein Kit nehmen müssen. Ich hab' keins mehr, ich hab' schon... Ich hätte noch, falls du brauchst. Alles gut, da oben hast du wieder. Hinter den Marvin! Hinter den Marvin! Ach, geil! Genau der. Und da ist nochmal so'n fetter, ich weiß jetzt nicht, wo der hingerannt ist. Fuck! Können wir mal ein Kit von da hin? Der kommt nach oben, der kommt zu euch! Ah ne, da ist gar kein Kit dazu, Spaß bitte. Weil nehm' ich schon mal. Ich hab' jetzt neue Waffen, falls ihr braucht. So'n MG ist eigentlich gar nicht so schlecht hier. Ah fuck! Ah fuck! Ich hab' mich doch! Lade nach! Lade nach! Lade nach! Lade nach! Scheiß Steuerung, Alter! Ah, ich bin die Großer! Hier wo ich drin bin, ich hab' könnt ihr nachladen. irgendwo rennt was fettes hinter mir läuft doch kommt schon ich habe ein hunter oder sowas hallo hört mich jemand ihr solltet einmal umdrehen bitte er reißt mir die eingeweide raus danke auch schon wieder was dickes ich krieg vogel kommt er jetzt kommen wir nicht hoch kommt hier durch die autos vorsicht marvin hinter dir ja ich muss ok er zeigen sich an der zunge wo es kann alte entschuldigung alles meine schuld eine top idee hier zu retten er läuft bei uns okay war meine schuld ich war zu langsam rochelle wo bist du rochelle rette lieber mich als hat die anderen ich glaube die jetzt auch am boden das war's meines lebens nicht rückwärts gelaufen digger alter es bringt halt nur nichts wenn du vor rennst alleine weil dann ist ja auch nicht naja lassen wir das das mit dem teamgeist üben wir noch mal ich wollte dich retten nach wo ich meine ich nicht meine deppen der gemeint hat alleine in den raum rennen zu müssen ach du warst schon drin er hat gesagt er war fast da das hätte überhaupt nichts gebracht es war karma dass er da runter gefallen ist und sonst nix ich wollte ich damit nur zeigen so schwer ist es nicht gut dann lass mal ja ich sag doch es war meine schuld genau es war alles meine schuld ich bin stehen geblieben also feuer frei ich glaube warst du bist du soweit ja gut ich habe schon ordentlich zurücklaufen müssten sarah da zu holen ja war schon ein stück bis zumal sag ich einfach lass mich sterben ich dachte das reicht irgendwie bestens verteilen wir uns auf die seiten links rechts und mitte ja ich nehme links ich nehme rechts musst du aufpassen rechts kommt der erste abgrund ne und irgendwann dann links ach dicker wo hinter uns ist ein dicker sarah ja ach hey ich bin schon wieder am sterben irgendwie muss mir hoch helfen wo hängst du? wo hängst du? wo hängst du? wo hängst du? ich bin also im tank kann ich dir von hier aus helfen? nein nein du musst einfach hier oh ok ich bin gleich tot ach boomer car zu ernsthaft war ja jetzt nötig ich habe noch 40 jetzt ja moment rochelle meine anderen zwei ist halt ja ja ich kam von der seite nicht an dich ran das tut mir leid wird ne weile reichen stehe ich halt in so dummer boomer kotze aber ansonsten brauchst du ein medikit? nein ich habe noch eins aber ich muss mir erst mal einen platz finden zum heilen so wer hilft jetzt rochelle hoch? die lassen wir einfach hin mach jedes mal ich muss hier boah ich habe halt kein Leben mehr wenn das Kevin schon wieder durchgelaufen? Marvin weiter ja ja klar weiterlaufen naja ok gegen das zu Kevin lauf ich jetzt nicht ohne dich weiter aber genau nein er ist aber schuld ne nur Munition das ist halt so laut langsahn ja entschuldigung wir hingen hier am abgrund und sind gestorben hättest du halt geholfen wär das alles nicht passiert ja wir haben ja gerade gesagt wir laufen ja aber wenn einer hängen bleibt dann muss man denen trotzdem helfen ich lade nach ja 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 ach der ist tot tut ja Karma bitch oah fuck das war dämlich das war dämlich das war dämlich danke da kommt gleich der nächste ja vielleicht ist er ja in irgendeinem auto drin und schreit gleich wir sollen ihm helfen Oh, fuck! Ich muss laden, ich muss laden, ich muss laden. Ich mache, wie fliegt ihr denn in die Gegend? Oh, Mann. Brauchst du ein Medikett? Nee, also ich brüchte schon, aber ich habe keinen. Ja, aber ich habe eins, das frage ich doch. Ja, egal, ich schmeiße mir ein paar Tabletten rein und weitergehe. Ja, nimm mal, weil... Jetzt geht es hier gerade weiter. Steu, Digong. Kommst du klar da hinten, oder? Äh, geht so. Okay. Wenn ich einer hochhole, kann ich... Rosh, der kommt, glaube ich, schon. Ja, die kommt. Ah, die bringt halt auch noch die Meute mit. Ja. Gucken, dass wir Kevin noch irgendwie kriegen. Oh, der ist gut. Bup, bup, bup. Der ist so deine Salzbrezel. Äh, du schreist, wenn man dich irgendwie wiederbeleben kann, ne? Falls du irgendwas siehst. Ja. Ah, ich hänge fest, ich hänge fest, ich hänge fest. Boah, das sind halt so viele. Egal, weiterlaufen, einfach weiterlaufen. Freikämpfen, weiterlaufen. Ach, scheiße, ich muss auf die Busse. Ach, Käse. Was denn jetzt passiert? Ah, ich hänge an der Zunge. Wo bist du? Alles gut, alles gut. Rochelle war da. Ah, fuck. So, einmal hier hoch. Jetzt bin ich bei dir oben. Sind so viele. Ähm, ja, ich könnte noch Molotow anbieten, aber dann war's das auch. Nee, 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 den brauchen wir bis später. Ich wollte nur mal sagen, da war ich schon. Ja, wäre es da halt nicht vorgelaufen, wäre das vielleicht nicht passiert, dass du jetzt tot bist. Dann hätte ich vielleicht mal ein paar Leute mitgenommen, vor allem. Perfekt, danke. Ja, endlich. Oh, cheat, 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 cheat. Okay, ich versuch mal durchzulaufen. Ach, nee, das sind zu viele. Das sind zu viele, oh. Bist du da durchgekommen, Kevin? Na, hier war der auch nicht. Doch. Toll, das ist keine Muni mehr. Ach, nee. Irgendwie hänge ich fest. Ich auch. Ähm. Nein, nein, im Sinne von, ich kann mich nicht mehr bewegen. So. Hallo? Ja? Oh, dein Ernst? Ja, verpisst euch doch mal von mir. Mal auf die anderen. Wo ist denn jetzt der Slime hin? Ja, ich bin tot. Ja, da war gerade noch das Vieh zum Slime, deswegen. Sofort. Ja, zu spät. Wenn ich jetzt wieder darf, versteht sich. Na, es sind zu viele. Ich hänge eiskalt fest, ne? Das Spiel hat sich festgebackt. Jetzt. Dankeschön. Mein Gott. Nein, auch nicht? Immer noch nicht? Nein? Okay, cool. Jetzt ist er schon tot. Scheißspiel. Okay, und tschüss. Einen glaubt, sofort laufen. Und das war's. Also, Kevin, nur um das nochmal zu erklären, ne? Wir laufen schon vor, aber wir bleiben trotzdem zusammen. Dass man sich gegenseitig den Arsch retten kann, wenn was ist, und dann weiterlaufen kann. So funktioniert das. Nicht alleine vorrennen und sich dann beschweren. Oh nein, jetzt bin ich tot, weil mir keiner helfen kommt. Aufgepasst. Was hast du nicht aufgepasst? Recht durchgekommen. Digga. Hallo, ich glaub, wir waren... Ich war ja auch relativ weit vorne, also... Ja, als ihr zusammengelaufen seid. Und dann war ich der Depp, der zu langsam war. Und beim zweiten Mal hätt's funktioniert, wenn wir zusammengeblieben wären. So. Ich versuch mal, jetzt bei Kevin zu bleiben, aber... Nimm mal schön dran. Nimm mal schön dran. Nein. Hey, hallo? Los, redet mit ihm. Kommt mal raus. Ja, gleich. Ja, ich bin ehrlich. Ich versuch, was Brauchbares einzusammeln. Ihr habt den Gehör. Gehen wir endlich über die Brücke. Kann ich sein, dass wir diese mickrige Mission nicht packen. Also nochmal links, rechts, Mitte, oder? Ja, ja, ich bleib links. Ich bleib links. Hey, du kannst echt so kurz zwischendurch dich mal umschauen, ob wir da auch da sind. So ein bisschen zumindest. Musst ja nicht den Usain Bolt machen, ne? Los, weg! Scheiße. Oh, das war knapp. Ja, genau. Warum ist eigentlich immer auf mir einer drauf? Hatte ihr einen, oder was? Ja, ich bin, glaube ich, tot. Bist du. Ich rate, irgendwo hinter dir. Ah, der war da oben. Alles klar? Oh, schade, ist ja schon da. Ja, hab ich halt von 100 HP auf 0, was? Ach, scheiße. Das ist halt nicht funke. Das ist halt zum Kotzen. Jetzt hat sie mich wenigstens gehealt. Versuch mal, als soll ich aufzuholen. Bist du hinter uns noch? Alter, ist ja gut. Mein Gott, ey. Oh, Mann, warum eigentlich immer ich? Das gibt's doch nicht. Zur falschen Zeit am falschen Ort. Nein! Sarah, hinter dir? Wie? So, irgendwie ist mein Ton komisch, aber gut. Äh, was wollte ich jetzt eigentlich machen? Zack, das reinballern. Nein, 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 nein. So, dann sind die Fetten. Äh, wenn du da rauskommst, Marvin, ist da der Fette, ne? Wo, links oder rechts? Über dir, also auf dem LKW. Neben dem LKW, bei dir. Das wird wahrscheinlich nichts bringen, was ich über den Tor. So. Ohlte, wieder, sind die da volle Muni Nein. Na, fuck, zu nah dran. Oh, Entschuldigung Ich glaub, das ist wieder ein Schock, aber ich seh's nicht richtig Problem ist, ich habe halt nur ein MG und kein Sniper-Gewehr zu nehmen weg Das Sniper hilft dir hier überhaupt nichts Ja, überhaupt nichts Hast du gar nicht die Zeit dazu Ich glaube, oben auf dem Laster sitzt der Dicke Oh, da kommt ein Dicke Macht Kevin schon wieder da vorne Ja, er lernt es halt nicht Ja, dann renn wir halt nicht vor die Linse, mein Gott ey, Bitsch Spiel macht irgendwie aggressiv, wenn die auf einem draufhängen Habe ich ein paar Mal gedacht, geht dann mal weg Naja, endlich mal eine geile Granate da Jetzt, wenn alle weg sind Naja, alles Da kommt noch mehr nach Nach, Hunter Da vorne ist doch schon das Ende, oder? Ja Nein Das zieht mich da jetzt Kevin, ich hole dich Ach, Pisser Ja, oder Ja Weg da Weg da Wo ist denn der Hubschrauber? Lauft einfach geradeaus, läuft einfach geradeaus Geht nicht Da oben ist diese komische MG, wo ich drauf wollte, aber es geht nicht Die hängen schon wieder auf mir drauf Du bist falsch, Marvin Ja Du musst wieder ein Stück zurück Was ist denn dann da rüber, oder was? Ja, durch dieses Gitter durch Oh nein, bei mir ist ein Fetter Oh, jetzt lass mich doch ein Ruf Ah, uncool Ach, geh doch von mir mal weg, das regt mich jetzt richtig auf gerade Habt ihr es bald, ich kriege die hier nicht mehr langsam weg Äh, ja, jetzt liege ich am Boden, weil da hinten ist ein Fetter Wie weit ist... Oh Gott, verpisst euch doch Ja, es war's Keine Chance Wisst's Er hat mich da langsamer laufen, das letzte Stück Viel zu viele geworden Scheiße, scheiße He Kevin, do it Haha You can Ja, das war blöd, ist nur noch die normale Pistole halt Äh, ciao Ah, ich hätte einfach in den scheiß Hubschrauber einsteigen sollen Haha Ja, aber ein bisschen dann nicht Ja, weil ich gedacht hab, diesmal Teamplay, ich mach die Gegner da weg Ach so Ja, aber dann musst du doch Na gut, vielleicht war der auch gegen Man weiß das nicht Das einzige, was ich nicht verstehe Am Ende steht so ein LKW Ja Und da steht immer, wenn man daneben steht Äh Benutze und hast du schwere MG, weil da ist hinten so eine fette Waffe drauf Ja Ich stehe jedes Mal daneben, davor Brücke E, aber es passiert nichts Okay Geh nicht an die Waffe dran Oh, guck mal Ja, jetzt packen wir es Aber versuchen wir mal beim letzten Stück vielleicht echt zu viert zu sein Hey, wir sind zu viert hier auf der Brücke Wir sind nicht infiziert Begegnet Hm, ich guck Bestimmt's Ende da danach, aber Kratze und Augäpfel und andere und definiert Ihr habt ihn gehört Ende endlich über die Brücke Wir haben die Brücke Wir sind die Brücke Aber Wir haben die Brücke Wir haben die Brücke Wir haben die Brücke Das war's für heute. Terminanzamos! Nimm Schuss! Na scheiße, Hunter! Ach, deswegen ist der Ton so komisch, ich verstehe. Ich! Wer schmeißen da gerade vor mir? Huh! Ich! Oh nein, fuck! Oh nein, jetzt werden wir auch noch die Beine gebrochen! Haha! So, jetzt liegt Rochelle auch auf dem Boden, jetzt brauche ich einen von euch. Danke Marvin! Ich hoffe mal, da ist keiner mehr in dem Ding. Hier in dem LKW hat es noch ein bisschen Zeug drin. Genau, und hinter dem LKW ist wieder der Fette. Genau da. Ja! Ach, no! Ich wurde ins Wasser gekippt. Der ist tot, der ist tot! Ja, wo bist du denn Marvin? Ich bin ins Wasser geschossen worden! Ja, tot! Marvin ist tot! Marvin hat uns verlassen! Ja, jetzt krieg ich mal Kevin zu, wie es wieder durchrennt voll! Ja, ja, aber ich wurde da echt mit einem Hit raus! Scheiße! Ja, vielleicht können wir mich irgendwann wiederholen, das ist ja gar nichts passiert! Ja, ich weiß noch nicht wo! Verguckt ja, da ist hier wirklich zu drücken auf! Hm! Oh ja, lade nach, wenn sie dich alle umzingeln! Kein Problem! Lasst ihr Zeit! Geht ja nicht mit Leben und Tod oder so! Da, der Heli! Okay, du musst ein bisschen langsamer machen! Ja, der kann auch einfach ohne mich! Vielleicht hilft, reicht der, wenn er reingeht! Glaub ich nicht! Ich würdest das einfach mal jetzt! Ich zeig dir gleich mal den, ich zeig dir gleich den MG mal auf ihn, wo ich meine! Ja, ich guck mal! Hier, diese MG! Stehst du neben? Ja, spring mal hoch! Ja, geht nicht! Komm doch nicht hoch! Hm! Doch! Guck jetzt! Ach, jetzt irgendwie! Ja, jetzt nimm das Ding! Und drück mal drauf! So lange bis Sarah kommt! Was? Ja, ich versuch's! Ich häng grad wieder im Spiel! Boah, Digga! Ja, da ist n Dicker! Kevin! Wow! Ja, jetzt wär halt der Brand gar nicht so schlecht! Ja, jetzt bin ich drüber dabei! Ja, das ist jetzt noch schnell! Ich bin hier! Ja, jetzt bin ich hier! Ich bin hier! Ja, ich bin hier! Ich schieße so lange weg frei vielleicht. Oh, hinter dir. Naja. Du wolltest mir noch den Weg freischießen. Bin dabei. Da in diesem Käfig seid ihr ganz gar nicht so schlecht eigentlich, glaube ich. Wir sind total unzingelt, das ist ziemlich behindert. Nicht geschissen. Okay. Dann versucht auf diesen LKW hochzukommen oder so. Oh, da ist nochmal so'n Dicker. Du müsstest ein Mg nochmal kriegen, glaube ich. Na, ich bin hinüber. Oh, fuck. Was soll die Kacke, ey? Ja, ist halt beschissen, wenn nur zu dritt. Aber das Mg ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn die anderen ablenken. Wo steht denn das Mg? Steht das denn auf der DDR? Naja, das... Eria? Eria. Eria. Oh, Rochelle, mein Schatz, heil mich. Marvin braucht auf jeden Fall Medikids, ja. Nicht gut, aber brauchbar. Vielleicht mal versuchen, die Brand bis zum Ende aufzubewahren. Die Molotovs meinst du? Ja. Wenn wir uns dabei nicht selbst in Brand stecken, ist das super. Weil wenn da am Ende echt zwei Dicke kommen... Und nen Charger. Wir müssen uns mal gerade überlegen, wenn ich alleine durchkomme und ich euch dann alle töten lasse... Ist ja nur noch einer da. Ja, wir sollen die Brücke runterlassen auf Zombies achten, auf Zombies achten, auf Zombies achten, auf Sie warten auf der anderen... Ja, wir können schon probieren. Probier's halt einfach. Ach, dann müssen wir uns... ...krat war's halt richtig bitter, weil ich halt Full Life hatte quasi und dann ins Wasser geflogen bin. Schlimmste Snapfix an dem ganzen Ding sind die Hunter, ich hasse die. Die Hunter, aber die kriegst du relativ schnell raus, finde ich. Ja, aber wenn du sie halt nicht siehst, wo sie grad springen. Gerade, ich bin keinem Hunter begegnet. Nächtiger Paul. Oh nein, wir sitzen in der Ecke, klemmen wir mal mit. Na toll. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Das ist ein Großer. Weg. Achso, der ganz Große müsste hier auch noch sein bei dem... Scheiße, hab ich vergessen. Da ist noch Hunter. Der ganz Fette muss doch hier irgendwo noch sein. Ich bin froh, wenn der nicht... Ah, da ist er. Oh nein, der nimmt unseren LKW auseinander. Nein, der hat hier eine Brandgranate reingeschmissen. Habt ihr euch jetzt selbst getötet? Irgendeiner hat hier Brand reingeschmissen. Ach nee, da drin war der Bezinkanister. Ach nee, der Kanister, stimmt. Das war wahrscheinlich ein Querschläger oder sowas. Ein Querschläger. Gezielt hab ich nicht auf den. Vielleicht hab ich den auch aus Versehen getroffen von ganz hinten. Nein. Gala, ich hab noch 84 AP. Das läuft bei dir. Heute mal gesunde Ernährung. Verrückt. Kevin, nicht so schnell. Oder guck, dass du zu einem MG kommst. Ich versuch, den Rücken dann freizuhalten. Vielleicht könnte ich doch Hilfe finden. Okay, wo bist du beim MG? Ne. Ich bin beim Hubschrauber. Du bist so ein Wichser, ey. Sterbt, sterbt, sterbt. Ich bin drin im Hubschrauber. Ne, wir sterben jetzt nicht alle. Wir wollen auch ein Erfolgserlebnis. Marvin, wo bist du? Hier an dem MG, wenn mich einer den Rücken frei hält, an dem MG, kann ich da locker die Leute weghauen. Keine Ahnung, wo du was darfst. Ich schieß mal von hier raus. Die kommen jetzt alle hier zu. Fuck, Entschuldigung. War jetzt so nicht geplant. Alter, warum verbrennt denn der Wichser nicht? Warte, ich hänge direkt auf dem MG-Laster. Ja, warte, 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 warte. Aber ich bin relativ safe hier sogar. Oh, fuck, ich liege. Ruschel, komm gleich. Ruschel, liege bei mir. Wenn nichts mehr geht, sie rettet dich. Mit dem Rücken frei halte. Ich versuche es. Laufst du einfach durch, das ist es geht ohne Probleme. Ich habe kaum noch Leben. Ich gucke mal, dass ich wieder zurückkomme. Hier kommen halt, oh, fuck sind hier viele. Dann geht einer aufs MG und nimmt das Ding und der Rest hält ihn den Rücken frei, wenn es nicht anders geht. Das hat unendlich Schuss quasi. Naja, du darfst ja nicht vergessen, dass Kevin jetzt schon wieder Gott weiß, wo er plantet. Ja, aber das Problem ist ja, ihr wisst schon halt, dass die unendlich spawnen. Ja, gut, deswegen, dann lasst mal zu gewusch. Kevin, wie weit ist das noch von dem MG aus? Nicht weit. Rechts von dir, glaube ich. Da sind zumindest ganz viele blaue... Dingsies. Ich laufe auch noch. Versuch mal durchzukommen. Es ist hier ein großer, weil im Schiff, im Schiff drin. Das ist doof. Ja, sehr doof. Ja, fuck, ich habe mir schon wieder die Beine geworfen. Ja, hinüber. Äh, Marvin, falls du irgendwo bist, ich lege hinter dem Bus. Äh, ich bin im Heli. Du bist im Heli, das ist schön. Das freut mich ungemein. Ja, Mann. Marvin hat es geschafft. Wer hätte das gedacht? Vor allem, du liegst da halt noch so totschwebend. Er hätte einfach sterben sollen. Ich glaube, drei Stück hätten rein müssen von vier. Weil er scheißig auch drin war. Ähm, hat es gereicht. Es müssen alle rein, die leben. Aber Sarah war doch nicht drin. Und ich war nicht tot. Nein, ich war nicht drin. Ich war auf der, hinter dem Bus. Guck mal, ich habe als einzig überlebt. Oh, zwei Stunden habe ich dafür gebraucht. Heilige. Außer Gefecht, guck mal. Da dumm. Da kennen wir mit seinen zwölf Schmerzmitteln. Ja. Oh, Mann. Na, Kampfkills, okay. Als ob. Ich bin immer durchgerannt, habe geschossen, wenn ich keinen Mund mehr hatte, Schlag. Hat am wenigsten Schaden erlitten, das kann gar nicht sein. Hat am wenigsten Verbündete getroffen? Ja, Mann. Unmöglich. Blauigkeit und Kopfschlüssel. Oh, Mann. Ja, das hat ja gerade perfekt eigentlich so gesehen aufgehört, würde ich sagen, oder? Ja. Ja. Aus. Vielen Dank.